Los geht! Duell gegen Hobby-Liga. Ah, da wollen wir mal gucken. Passt das alles? Perfekt! Na, wollen wir mal anrufen, ne? Let's go hier! Gucken wir mal, ob er rangeht. Und, bist du ready? Ah jo, klar und du? Ja, auf jeden Fall. Ich hab richtig Bock. Ich hab mega lange nicht mehr gespielt. Ja, hast du recht. Aber es ist auch wirklich zur Zeit überhaupt nichts los irgendwo. Und ja, ich würde doch gern mal wieder spielen. Ja, ich auch. Also, wollen wir dann? Ja, klar. Los. Dann darf ich mal anfangen. Ja, nicht, dass ich jetzt sofort verloren habe, nur weil du anfängst. Nein. Also, ich ziehe zwei. Set, 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 go. Alles klar, dann wollen wir mal. Dann nutze ich den Effekt. Dann nutze ich den Effekt. Und dann beschwören wir mal das Monster. Nope. Okay, du bist dran. Dann beschwöre ich meinen Frosch und rufe damit Toad. Ich würde gerne. Nein. Okay, dann würde ich gerne. Nein. Dann beschwöre ich und nutze seinen Effekt. Nein. Boah. Combo time. Let's go. Dann würde ich jetzt Allure aktivieren. Okay. Verdammt. Ja, okay, dann aktiviere ich. Nein. Okay, Game 2. Jetzt darf ich ja anfangen. So, dann bist du. Set, 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 set. Mach. So, ich normal beschwöre. Nein, das tust du nicht. Dann flip sammeln und möchte. Nein. Dann nimmst du Schaden. Nope. Okay, dann beschwöre ich meinen Monster. Jupp. Hä? Ehrlich? Ja, go. Dann beschwöre ich meinen Exit. Nein. Du bist da. Du. Ja, du. Du. Let's go. Ich beschwöre. Nee. Hahaha. Geil, so fühlt sich das also an. Ey, ey, chill mal. Alles gut, weiter geht's. Ich möchte. Nein. Finish him. Ja, gegeben. War ein schönes Game, oder? Ah, nee, ey. Zum Teufel, ey. Das kannst du nicht so. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Kacke hier. Ich geh jetzt trainier' ein bisschen, abreagieren. Mir reicht's hier jetzt, ey. Ich geh jetzt, ey.